schon erstaunlich dass der dax so stabil ist obwohl doch wir das problem haben das bundesverfassungsgericht hat gesagt hier die 60 milliarden die könnt ihr nicht einsetzen um damit ein bisschen die wirtschaft zu stützen bezüglich der hohen energiepreise na gut das scheint den markt im moment nicht so sehr zu interessieren also fundamental zumindest mal von der seite aus nicht wirklich druck auf dem dax aktuell die letzten zwei tage also inklusiv heute ihr seht das ganze so mehr oder weniger zur seite hier inside kerzen mehr oder weniger gegenüber dieser hier beziehungsweise in fünf minuten chart seht ihr das eiert so ein bisschen hin und her ist das jetzt ein gutes ist das ein schlechtes zeichen so schlecht finde ich das gar nicht denn es zeigt dass die marktteilnehmer auch trotz dieser nachrichten und obwohl wir schon so weit gelaufen sind nicht sofort in panik und in sorge um die am markt unterwegs sind im gegenteil man hat eigentlich eher den eindruck dass wir ja noch eigentlich eher die aufwärtsseite stark haben und die abwärtsseite wahrscheinlich eher schwach also ich würde aus diesem kleinen bild sogar mir noch vorstellen können dass der kurs noch mal ein stückchen nach oben geht warum nicht er ist doch gerade so gut dabei wir können noch mal kurz auf den dax future schauen wie das da aussieht denn intraday ist das vielleicht noch mal ganz interessant da sehen wir zwar dass auch der anstieg hier im fünf minuten chart nicht mehr so richtig die überzeugung mit sich bringt allerdings die abwärtsseite eben noch völlig drucklos ist also ihr seht da sind wir sehr sehr korrektiv auf dem weg nach unten und anschließend hier hat man schon fast wieder den eindruck könnte das nicht eigentlich eher was sein was immer noch positiv ist also obwohl ich übergeordnet einen rücksetzer längst überfällig fände was aber keine rolle spielt der markt ruft mich nicht an und sagt entschuldige was meinst du denn aber nachdem wir so stark gelaufen sind wären rücksetzer nicht untypisch im moment zeichnet sich das aber noch nicht wirklich ab also bitte jetzt nicht davon ausgehen wäre überfällig der markt muss jetzt drehen im moment macht er das nicht im moment sieht es nicht danach aus und man hat so ein bisschen im intraday bereich sogar noch den eindruck als ob wir weiterhin auf dem weg nach oben sind ich würde jetzt mal mit blick auf dieses was ich blau gezeichnet habe hier als overlay sozusagen zu dem was wir hier aktuell sehen wenn wir da noch was korrektives runter bekämen hier auf kleinerer sicht also für die intraday freunde unter euch da würde ich sogar hier die long seite zumindest für so ein interim long noch mal mitnehmen wollen und sehe die chance dass wir die 16.000 auch noch mal wieder von oben sehen als gar nicht so schlecht an also das ist etwas für die intraday freunde hier zum angucken ich mache es noch mal einmal in groß damit ihr es ein bisschen besser sehen könnt also die vorgeschichte war hier korrektiv runter relativ stark nach oben über den anstieg kann man sich ein bisschen wundern aber okay die abwärtsseite klar korrektiver die aufwärtsseite was wir hier hinten sehen macht den eindruck als ob das schon fast wieder so ein fünf fälle nach oben ist falls wir eine korrektur hier bekommen denkt immer dran die korrektur so ungefähr in die mitte rein messt vom tiefsten zum höchsten punkt also tiefste punkt zum dann höchsten punkt wo auch immer das ist und dann diese zone wäre eigentlich die zielzone für die korrektur und vielleicht findet ihr im intraday hier eine wende das kann dann hammer sein also irgendwie sowas was so aussieht wie das ding was wir da unten hatten beispielsweise oder aber eben die zwischenhochs das wären long einstiege also ihr seht obwohl ich damit rechne dass wir diesen dreh langsam aber sicher bekommen intraday fände ich das noch mal nicht uninteressant für einen möglichen zwischen long für die kurzfristigen unter euch die solche ideen gerne noch mal umsetzen wie passt das zu den amerikanern auch die zeigen noch nicht wirklich druck nach unten ja und wir haben eine realistische chance dass das jetzt so zu ende geht aber die markteilnehmer greifen nicht zu sie müssen ja auch nicht aber solange die nicht zugreifen ist es natürlich nicht sinnvoll hier die short seite aktiv anzugehen und es gibt beim dow jones hier weder im tageschart irgendwelche anzeichen für die schwäche ein bisschen vielleicht hier in den kürzerfristigen intradays da hat man so ein wenig den eindruck na könnte das vielleicht sogar so was sein wie passt das denn zum dax naja punkt eins ist dax und dauer sind nicht immer gleich überhaupt nicht ja es kann ja sein dass der dax noch mal für ein paar stunden noch nach oben geht während der dow jones nach unten geht das würde sogar passen hier in diesem bild denn was ich hier jetzt gezeichnet habe ist zwar genau das gegenteil von dem was wir beim dax sehen aber was wäre denn nach so einer bewegung jetzt als nächstes zu erwarten naja vielleicht ein bisschen eine aufwärtsbewegung und anschließend das was wir vorne haben hier hinten als eine abwärtskorrektur noch mal also intraday freunde aufgepasst der dow jones kann locker auch nach oben gehen aber hier erwarte ich dass das wenn es denn korrektiv ist anschließend uns die möglichkeit für noch mal ein short gibt und jetzt merkt euch mal diese einstellung jetzt gehe ich noch mal auf den dax und dann gucken wir mal das was ich hier erwarte ist dass wir jetzt ein bisschen vielleicht noch runter gehen und anschließend noch mal nach oben das heißt in dieser zeit wenn wir hier ja eigentlich mit einer aufwärtsbewegung rechnen vielleicht ist es dann vorbei und dann wird vielleicht sogar die abwärtsrichtung gespielt zeitgleich ist es das wo auch dieser hier möglicherweise nach oben geht und anschließend nach unten also ihr seht obwohl das bild ein bisschen ansteht anders ist vom vom rhythmus wo ist die starke richtung wo ist die schwache sind beide möglicherweise im gleichen zeitsegment in die gleichen oder ähnlichen richtung unterwegs also das würde durchaus passen also dow jones für alle intraday liebhaber aktuell mal drauf gucken ob die aufwärtsbewegung korrektiv wird also möglichst langweilig möglichst wenig stark möglichst wenig impulsiv und das in eine zone rein die wenn man es richtig einzeichnet ist noch besser höchster punkt tiefster punkt im moment ist es der ich vermute dass wir sogar noch ein bisschen chancen haben tiefer zu gehen würde ich auch zum dax passen haben wir auch gesagt das sind noch ein bisschen tiefer noch gehen und dann aber irgendwo in diese zone rein denkt dran dreiwellig oder notfalls nicht notfalls auch gerne so irgendwie was mit kursüberschneidung das würde uns dann chancen für die abwärtsseite bringen was gibt das im übergeordneten na ja hier oben kann durchaus das ende des anstiegs schon sein wir haben sehr weiten anstieg gesehen wenn der kurs jetzt so langsam aber sicher mal ein päuschen macht also sprich hier irgendwie runter kommt das wäre kein verbrechen auch nicht an den bullen denn das wäre wenn es dann korrektiv ist nachher sogar noch mal eine chance für ein zumindest mal zwischen long ja also zumindest vorläufig erst noch mal die long seite für einige tage spricht die jahres endrallye wir haben ja mal schon drüber gesprochen sie könnte nach dieser unterbrechung durchaus weitergehen denkt dran diese woche ist erntedank hätte ich fast gesagt thanksgiving in amerika das heißt donnerstag ist päuschen heute noch morgen noch und dann ist schon feiertag abgesehen davon ist heute nvidia tag und nvidia wird heute nachbörslich ich glaube 20 nach 10 sind sie dran europäische zeit abends natürlich 20 nach 10 werden sie ihre zahlen veröffentlichen und damit neue impulse setzen auch für den tech markt und der tech markt der ist natürlich im nasdaq enthalten gucken wir uns den mal an und dann seht ihr unsere idee die wir hatten die ist nicht aufgegangen wir hatten hier einen ersten versuch eines drehs hier der markt ist an eine linie herangekommen er hat eine wendekerze gemacht so ähnlich wie das hier und damit die chance eröffnet dass der kurs ein gutes stück runter geht das muss nicht so sein in dem fall hat es nicht geklappt aber wir müssen immer daran denken nur das haben wir im risiko gehabt mehr war es ja nicht und das hier wäre mal so in etwa die zielweite bis zum mindestziel mit chancen auf vielleicht sogar noch mehr kann ja auch sein also insofern ja diese idee hat jetzt nicht funktioniert das heißt aber nicht dass das gar nicht funktionieren muss denn jetzt haben wir zwar das hoch hier rausgenommen ich mach das noch mal als vollbild dann seht ihr das ein bisschen besser immer kriegt immer geschimpft die auf den kleinen bildschirmen können das nicht so gut sehen also ihr seht das hier ist die hoch magie jetzt haben wir das sogar überschritten na das wollte ich nicht das haben wir sogar überschritten das ist ja sehr häufig die sogenannten false breakouts muss das ein false breakouts sein nein der kann natürlich weiter laufen aber im ernst wir sind so stark schon gelaufen das wäre durchaus nachvollziehbar und vielleicht ist das was wir heute von video erfahren der impulsgeber dass der markt hier tatsächlich nach unten geht also wir müssen damit rechnen dass der kurs hier als nächstes deutlich auf dem weg nach unten unterwegs ist im sinne einer korrektur wäre das auch überhaupt nicht kritisch also tiefster punkt aktuell höchster punkt ist da und die erwartungshaltung dass wir hier irgendwie hinlaufen halte ich für nicht so untypisch das gleiche gilt übrigens na ja alleine qua gleichem verlauf für die großen tagtitel das ist amazon das ist meta das ist apple die sehen alle gleich aus das heißt wer jetzt long ist muss sich überlegen ob er diesen rücksetzer aussitzen will oder ob er eben sagt okay stop eng ranziehen und gegebenenfalls hier unten wieder neu aufmachen beides geht beides ist völlig in ordnung beides ist gut nachvollziehbar beide varianten gehen wer mich ein bisschen verfolgt der weiß ja wir haben zum beispiel bei apple jetzt zwei varianten drin die eine mit dem engen nachziehstopp die andere mit dem weiten so dass man eben beide spielarten machen kann und oder sogar noch eine dritte variante nämlich wenn der kurs dann tatsächlich runter kommt dann wieder einsteigen das gilt auch für den nassack jetzt müssen wir wie gesagt damit rechnen vielleicht ergibt sich ja bis heute abend hier ein umkehrmuster das könnte ein engulfing pattern sein das könnte es ist hier gleich hoch das müsste man dann noch mal messen könnte vielleicht auch ein piercing pattern sein so was in der art mal sehen was es hier für ein verlaufsmuster am ende des tages gibt denkbar wäre es dass das hier auf tagesebene eingeleitet wird und dann in den nächsten tagen uns erst noch mal nach unten bringt das muss nicht ewig dauern aber vielleicht noch so ein bisschen in dezember rein irgendwann dann sagen die marktteilnehmer jetzt haben wir die faxen dicke jetzt machen wir wirklich jahresend rallye noch nicht shorten also zumindest ist es noch nicht ein klares signal das signal ist ja abgefrühstückt worden hier oben noch müssen wir wieder auf einen neuen short einstieg warten wenn der kommt bietet sich das entsprechend an kommen könnte der schon relativ bald zum beispiel im fünf minuten chart so ähnlich wie wir das beim dau gesehen haben wenn ich mir diese bewegung angucke die wir hier haben wir sind hier runter hier war übrigens eine pause dann sind wir hier runter hier war auch so ein bisschen zumindest mal pause und hier sind wir runter die pausen sind sehr weit voneinander entfernt also das sieht nach einem abwärts impuls aus und da sind wir wieder bei dem gleichen szenario was wir eben beim dau angesprochen hatten wenn es dann korrektiv hier in die mitte rein läuft haben wir hier oder wenn wir ein signal kriegen hier in dem wendebereich sogar noch mal eine chance für die shortseite also auch die intraday-freunde beim nasdaq haben gute chancen hier auf der shortseite mit dabei zu sein voraussetzung 1 nämlich der impuls der ist gegeben 2 da warten wir noch drauf und 3 das ist der trigger das können wir natürlich erst sehen wird das rum ist ein bisschen ist es das inverse dieser geschichte starke geschichte hoch a b c nach unten und die erwartungshaltung dass es sich nach vorne nach hinten fortsetzt in dem vergehen sogar noch ein gutes stück weiter da können wir nicht zwingend drauf setzen aber das was wir vorne haben haben wir realistisch hinten nochmal und damit wären wir immerhin hier im bereich 15.800 wenn wir uns das mal im großen angucken dann wären wir erst hier das heißt was ihr hier vielleicht im kleinen seht würde uns im großen noch nicht mal der vollwertige schritt sein für diese korrektur erinnert euch meine erwartungshaltung ist ja eigentlich dass wenn diese korrektur einsetzt sie zumindest 15.400 vielleicht auch 200 100 notfalls unter 15.000 noch mal geht in dem bereich es wäre nicht absonderlich und würde dieses ding hier sogar noch deutlich nach unten verlängern also achtet mal ein bisschen drauf kann sein dass das hier für die intraday freunde einen schönen einstieg vielleicht heute noch gibt eventuell dann morgen müssen wir mal gucken je nachdem wie schnell das geht aber das bild gefällt mir eigentlich was das angeht ganz gut und das kann man sicherlich auch beim s&p sehen wir wissen dass die großen tag titel im s&p sehr stark gewichtet sind deshalb ist s&p und nasdaq auch relativ ähnlich nicht immer exakt aber relativ ähnlich und dementsprechend auch die idee die sich hier daraus erwarten lässt macht hier einen ähnlichen eindruck vielleicht mit einer kleinen variante hier sieht so ein bisschen aus als ob wir hier das im großen und dann hier so im kleinen und jetzt vielleicht kriegen wir noch mal so diese zwischen korrektur also wenn ihr eine kleinere korrektur seht die ist nicht vollwertig denkt immer dran vollwertige korrekturen 38 50 61 8 das sind so die 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 lieblingszonen für eine vollwertige korrektur die kleinen also sprich die vierte welle oder eben zwischen korrekturen die sind dann eben eine nummer zu klein da gilt es aus meiner sicht noch nicht so ihr seht ich bleibe in dem etwas größeren bild vorläufig hier bullisch bei den tag werden eigentlich sowieso ich gehe aber davon aus dass wir in den nächsten tagen eine realistische chance haben hier mal ein wenig runter zu kommen hier irgendwie in diesen mittleren bereich irgendwie wenn das korrektiv ist dann bleibe ich übergeordnet bei der vorläufig bullischen richtung nur wenn das sehr sehr steil und unkorrektiv ist also so ähnlich wie das was wir hier haben da bin ich mir dann noch nicht so ganz sicher also da müssen wir noch mal gucken aber das werden wir mehrere tage abwarten müssen aber für diejenigen die intraday selbst aktiv werden wollen ist das hier etwas was gar nicht so schlecht ist falls ich das rechtzeitig sehe kann ich darauf gerne einen hinweis geben dann gucken wir mal dass ich da entweder einen konkreten trade formuliere oder zumindest noch mal hier in born for trading dann einen entsprechenden eine nachricht schicke damit ihr vielleicht im eigenen studium hätte ich fast gesagt auf eigene entscheidung hier nochmal short platzieren könnt wenn ich das sehe ansonsten habt ihr jetzt die augen um selber drauf zu gucken um zu sehen ob das entsprechend passt in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße